Das sind unsere Schnäppchen und Lückenfüller für die Challenges am letzten Spieltag. Ihr alle kennt das Problem, ihr habt richtig, richtig Bock auf die Challenges, aber das Budget macht euch hier und da einen Strich durch die Rechnung. Vielleicht haben wir ein paar Tipps. Keitel dürfte durch die Sperre von Höhler in der Startelf stehen. Marktwert 500k. Fosso Mensa dürfte durch die Sperre von Incapiel in der Startelf stehen. Marktwert ebenfalls 500k. Und wie ihr alle mitbekommen habt, ist Hertha abgestiegen und dürfte bereits für die neue Saison planen. Habt daher unbedingt ein Auge auf Spieler wie Ngankam, Dardai, Sherhand, Masa, könnten alles Optionen sein. Wenn wir jetzt hier aber noch jemanden vergessen haben sollten, schreibt es uns unbedingt in die Kommentare. Ansonsten bleiben wir dabei, denn...